Bugün 9 Ekim 2022 Pazar. Burası Italien'in Liman-Shahri Genoa. Genoa, Italien'in enttahrihi ve englische Erländer. Genoa ist eine sehr alte und schöne Hafenstadt. Genoa, Italien. Untertitelung des ZDF, 2020 Genua ist ein richtiger Hafen für Polschfahrten und sie fähren nach Sardinien, Sicilien und Korsika. Die Universität wurde schon seit 1971 gegründet. Die Universität der Verteidigte der Verteidigte der Zierepublik. Wir sind in Venedig, in Amazie, in 77 Jahrhundert. Wir sind in der Tatung, in der Tatung, in der Tatung, Andrea Doria. Christoph Columbus ist in Genua geboren. Ich bin sicher, Christoph Columbus ist in Genua geboren. Ich bin viele Familien vom Vielen Dank. 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 Vielen Dank.